Ich bin Steve Brück. Ich bin an der Gemeinde Kirchen zuständig für den Schulz-Service. Pedibus ist ein Konzept, wo keiner von der Begleitpersonen an die Schul gehen, am Platz mit dem Bus oder mit dem Auto zu fahren. Es ist gut, dass sie Oxygen bräuchten, dass sie die Distanz zu fahren lernen, dass sie Exercise über andere Formen der Transporte wählen. Dadurch sind die Autos und die Straße einen guten Effekt auf den Trafik an der Gemeinde. Es ist gut für die Umwelt und es ist auch gut für unsere Gemeinde. Ich möchte durch soziale Kontakte zwischen den Körnern nicht entstehen. Die Kinder haben Freundschaften. Freundschaften von verschiedenen Gräten, von verschiedenen Teilen der Gemeinde. Und es ist wunderbar, dass sie das sehen. Ich liebe Pedibus, weil ich so Freund bin. Ich kann mich nicht schätzen, dann kannst du auch spielen. Ich liebe Pedibus, weil ich so Freund bin. Das ist ganz gut, dass wir bei der Körner wie bei den Älteren kommen. Oh, es ist eine wunderbare Idee. Ihre Kinder werden sicherlich sein und sie werden Spaß machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.